Guten Tag, liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen zu einem neuen Video von Deutschglobal. Wir haben uns ein bisschen rar gemacht in letzter Zeit, weil wir an verschiedenen neuen Projekten arbeiten. Wir hoffen, ihr verzeiht uns das und folgt uns weiterhin auf diesem Kanal. Das Video heute ist zum Zertifikat Deutsch-Telkb 2, Sprachbausteine 2 mit dem Thema die Sütterlinschrift. Wenn ihr die Übung als PDF haben möchtet, dann geht bitte auf unser Patreon und bezahlt dort einen Beitrag eurer Wahl und ihr könnt die PDF herunterladen. Die Suche nach der verlorenen Schrift Die Neugierde auf die heute fast vergessene Schrift vereinte alle Teilnehmer des Kurses die Sütterlinschrift. Vereinen heißt so viel wie verbinden. Auf Englisch würde man sagen to unit. Nach einer Einführung dürften sich die Kursteilnehmer am Schreiben ihres Namens versuchen. Sich an etwas versuchen heißt, man probiert etwas aus, was man noch nicht so gut kann. Und wir haben hier am, also an dem, das heißt danach muss ein Nomen kommen und Schreiben ist hier ein substantiviertes Verb. Dazu wurden die einzelnen Buchstaben zunächst auf dafür vorbereiteten Lineaturen geübt. Ich denke, das ist ganz logisch und braucht keine weitere Erklärung. Am beeindruckendsten ist, wie akkurat und schön diese Schrift aussieht. Bevor es in Deutschland die Sütterlinschrift gab, schrieb man im 18. Jahrhundert in der Korrentschrift. Das Schreibwerkzeug war der Federkiel, der aus Gänsefedern hergestellt wurde und erst zurechtgeschnitzt werden musste, bis man ihn zum Schreiben verwenden konnte. Verwenden wozu? Zum Schreiben. Hier handelt es sich um eine finale Angabe und nach zum, also zu dem, brauchen wir einen substantivierten Infinitiv. Durch den Richtungswechsel beim Schreiben entstanden verschieden starke Striche. Bei ist eine Präposition und verlangt den Dativ und danach ein Nomen. Man könnte den Satz auch so sagen, wenn man schreibt. Dann haben wir wenn, eine Konjunktion, die immer mit einem Verb steht. Man hat hier also immer zwei Möglichkeiten. Bei plus Präposition oder wenn plus Verb. Zum Beispiel auch bei gutem Wetter. Das heißt, wenn das Wetter gut ist. Dieser Duktus machte die Korrentschrift klar erkennbar. Am Ende des 18. Jahrhunderts etablierte sich die aus England kommende Stahlspitzfeder auch in Deutschland. Das Verb ist reflexiv und heißt sich etablieren. Diese Umstellung auf ein anderes Schreibwerkzeug veränderte aber auch die Schrift. Da das besondere Charakteristikum dieser Schrift nun durch den Druck, den der Schreiber auf das Schreibgerät auswirkte, erzeugt wurde. Es ist klar, dass in diesem Satz das Verb fehlt. Und vom Inhalt her passt natürlich nur Veränderte. Die Folge davon war eine sehr steile Schrift. Es heißt die Folge von etwas. Und inhaltlich bezieht sich davon eben auf den vorherigen Satz, auf die Veränderung der Schrift. Bei der die Ober- und Unterlängen der Buchstaben sehr groß, der mittlere Teil jedoch stark verkleinert war. Jedoch ist ein Synonym für Aber. Es ist noch etwas intensiver als Aber. Diese Schrift war nur noch schwer lesbar, so dass die preußische Regierung 1911 Ludwig Sütterlin den Auftrag gab, eine Schrift zu erfinden, die diese Makel nicht mehr aufwies. Wir haben hier einen Relativsatz. Ein Relativsatz ist Nebensatz und deshalb muss am Ende des Satzes ein Verb sein. Makel bedeutet hier so viel wie Fehler, wobei mir das Synonym Schönheitsfehler hier besser gefällt. Also eine Makel aufweisen heißt dann so viel wie einen Schönheitsfehler haben. So entstand die Sütterlinschrift, die immer die gleiche Strichstärke aufweist, keine Steillagen mehr hat und damit sehr gut lesbar ist. Außerdem war sie so konzipiert, dass sie mit jedem Schreibgerät geschrieben werden konnte, ohne Abstriche bei der Qualität hinnehmen zu müssen. Wir brauchen hier das Verb werden, denn es handelt sich um Passiv mit Modalverb. Konnte, das konjugierte Verb steht am Ende, denn wir haben einen Nebensatz mit das. Das Partizip 2 ist geschrieben, also fehlt werden im Infinitiv. Ab 1914 wurde die Schrift in preußischen Grundschulen gelehrt, später dann, ab den 1930er Jahren, an allen deutschen Schulen. So ihr Lieben, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und die Übung konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir verabschieden uns wie immer von euch mit einem Tschüss, Baba, auf wieder Lüge, macht's gut, euer Deutsch-Global-Tipp.